Ein Stimmungshoch in meinem Innern verkündet, ich gehöre zu den Gewinnern, will meinem Glück entgegenlaufen, mir die Luxus gönnen, zu kaufen. Kaufen, 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 sich ergeben in Exalz-Wart-Utral, und erwerfen eine Phase epochal, schlagen eine moderne Rute, es gehört zum Ton, und zwar zum Guten. Kaufen, kaufen, kaufen. Ein Markenschütz, Bluse oder Händfass, es trennt dazu, Rockhose, lose, schmale Passform, wie man's kennt. Möglichst keine Passform in Karotte. Trendlich spitzige Ringe, Sockel, Schuh zu Klamotten, um es aufzustocken, geiler Haarschnitt, schönes Gesicht, aufstiegsgehebenen Schicht. Kaufen, 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 sich ergeben in Exalz-Wart-Utral, und erwerfen eine Phase epochal, schlagen eine moderne Rute, es gehört zum Ton, und zwar zum Guten. Kaufen, kaufen, kaufen. Zum zusätzlichen Gewürsch, schnittiges Designergeschirr, und Küche für perfektes Dinner, nicht zu fett, was sind wir für Gewinner, ach, wie nett. Gleichzeitig, ein Auto, smart und knuffig, oder elegantes Design, nicht buffig. Alles, was Sie wollen, die Herrschaft. Ausstattung, lass an, rollen als Gerätschaft. Wie Telefon, manier, Internet an, und dann Schluss. Nö, kommt nicht im Pott. Musik, die Frau Sonstiges ran muss, mit Sound, so bassig erhält. Unser Haus, auf Pumpen, zusammenfällt. Ja, kaufen, 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 sich ergeben in Exalz-Wart-Utral, und erwerfen in einer Phase epochal, schlagen eine moderne Rute, es gehört zum Ton, und zwar zum Guten. Kaufen, kaufen, kaufen. Um abzudecken seine Zenit, muss hier ein fetter Kredit. Ran, um zu lenken die Fäden, Millionen, ach, was reden. Kaufen, raus mit den Milliarden. Kriecht das Geld, wie die Morde. Durch die Menschenmassen, hellen und dunklen Kassen. Wenn neue Ideen sprießen und dabei die Gelder aus den Händen flüßen, entstehen Gerüchte, ob wir wohl flüchten. Eine gute Reise, für einen guten Preise, man soll sie nicht aufhalten gestalten. Wir reizenden, reißenden Wesen, also ran an den Tresen, möglichst in Sonne und Wärme, bloß nicht ins Kalte. Neues Getöne, neues Gestalte, der Verkonger seines Amtes, Walte, kaufen, kaufen, kaufen. Nicht mehr sitzen oder kriechen, wie die Wand, sondern fangen an zu tanzen auf unseren Vulkan und lachen, feurig formend nach eigenen Trachten, ohne die Posaunen zu beachten, die hinter unseren Mauern lauern. Mit dem Erklingen erzwingen sie ihr Zusammenfalle danach in weiter ferne Verhallen. Ich, ein Erleuchtender, höre sie mit meinen Ohren wie die alten Jerichoren. Ich habe das. Ja, ich habe das. Ich habe das. Aber das ist ein Erleuchtender, die Omer leuntend verletzer haben. Ich bleibe aus. Vielen Dank.